Musik Dafür brauchen wir aber Euro-Unterstützung. Jeder eurer Unterschriften ist 5 Euro wert. Das heißt, wenn insgesamt 200 Menschen heute hier im Laufe der nächsten Stunde, der nächsten 60 Minuten vorbeikommen... Musik 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 So gehört sich das. Heute hier in Rittnick-Stammgarten waren 340 Leute. Das heißt, es gibt 2.000 Euro für die Vereinskasse. Sehr schön. Olaf, bist du irgendwo? Olaf! Am 29.04. in Trin zum Frühlingsfest. Dann können wir euch alle wiedersehen, hoffentlich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Herr Garten. Habt ihr noch eine Frage? Ja, sicher. Für die Original-Mecklenburg-Vorpommerische Blaska-Panel gibt es heute hier in Rittnick-Stammgarten 2.000 Euro! Ja! 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 Herzlichen Glückwunsch! Vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. spinet die Mainstage ein. った.